Hallo und willkommen zurück zu Remember Me. Wir fangen wieder hier an. Wahrscheinlich, weil sie nicht wollten, dass wir gleich beim Kampf anfangen. Nicht wundern, Morty kommt gleich noch dazu. Der ist mit mir noch im Skype. Er wollte mich... Ah! Ach, das habe ich vergessen. Er wollte mich mit dieser wundervollen Kampfszene nicht alleine lassen, weil ich nicht so richtig motiviert bin. Wundervoll. Ist so lieb von dir. Ich muss kurz überlegen. Nein, möchte ich nicht. Ja, du auch. Warte. Achso, ich weiß jetzt wieder, wie das war. Das war... Nein, äh, zielen, schießen. Und dann kann ich ihr Ohr ein bisschen in die Fresse hauen. Ich weiß, ich nutze nicht die richtigen Kormos. Ist aber egal. Oh, ist jetzt das Laufen? Ich müsste jetzt eigentlich gleich den hier machen können. Wo ist sie? Oh, natürlich genau am anderen Ende, Alter. War ja so klar. War so klar. Aber das fand ich ganz gut, dass das gleich frei war. Ei, scheiße. Ist jetzt das Laufen schon? Nein, das ist das Gehen. Nein, da ist so eine... Ich kann dich ja jetzt auch nicht spoilern, was da jetzt kommt. Das ist ja auch blöd. Weil Morty hat sich überlegt... Ah, spoiler mich, weil bis ich das nicht bespielt habe, habe ich es doch eh wieder vergessen. Nein, so einfach ist es nicht. Außerdem ist es eigentlich relativ einfach... Ah! Und zwar... Alter, Leute, lasst mich doch mal bitte in Frieden. Du wirst... Wenn ich das jetzt spiele, ja, dann werde ich mich sicher schon wieder die Minen vergessen haben. Ich werde wieder in die Minen rein drinnen. Ich habe mir auch angeguckt, wie du um die Minen gelaufen bist. Du bist ganz komische Wege gelaufen. Ja, ich habe das Spiel vorher auch nicht gespielt. Ich musste einfach den Controller irgendwie richtig und mich überhaupt eingewöhnen. Und... So, komm her, Puppe. Du kriegst noch mal eins drauf. Was? Ey, weißt du, wie lange ich gerade die Viecher angegriffen habe? Nur damit du da... Oh, super. Ich konnte die zweimal hauen. Dann ist die gleich wieder verschwunden. Was ich ein bisschen asozial finde. Kann ich einwandfrei verstehen. Wenn du einmal cool langst. Hey, was soll das denn jetzt heißen? Jetzt weh, du sagst jetzt der russische Damm. Das wurde ich jetzt nicht... Ja. Ja, Morty wurde hier von... Ich bin minimal größer als 1,60. Ja. Und er wurde von mir in Anführungsstrichen gehauen. Und hält mir das immer noch vor. Gar nicht wahr. Du hast damit jetzt angefangen. Du hast damit angefangen, mein Freund. Ja, ist auch schön, dich wiederzusehen, Olle. Wirst gleich sehen, wie wundervoll du dich weiter... Freuen wirst, mich zu sehen, wenn ich dir... ...noch ein bisschen... ...Schönheitskorrekturen gebe. Ah! Na, nicht schon wieder. Hast du einen Nebenjob als Schönheitschirurgin, ja? Na klar. Hast du das auch implantiert bekommen? Ich? Warum soll ich denn Schönheitschirurgin implantiert bekommen haben? Ja, du hast eine Erinnerung. Ach, Quatsch. Dafür brauche ich doch keine Erinnerung. Habe ich jahrelang studiert, praktiziert... Und wo sind denn jetzt ihre Fritzen? Man nennt es auch Türsteher, ne? Was? Türsteher? Alter Junge! Ich versuche gerade hier Leben aufzubauen. Nicht abzubauen, du Napp, Alter! Keine Ahnung, was für eine Kombo ich gerade nutze. Aber Hauptsache, es funktioniert, wa? Nein! Ich mag diese Lauferei nicht. Weil ich eh... Das schaffst du nicht. Weißt du, was ich alles schaffe, du blöde Kuh? Wenn du wüsstest. Okay, den Kampf vorher mit dem komischen Roboter habe ich nicht geschafft. Aber das ist was anderes. Es hört nach jeder Menge Spaß dran. Ich bekämpfe nicht die Lust, mich anzubeten. Äh, doch. Ich bekämpfe die Lust, sie anzubeten. Ich weiß gar nicht, warum. So, warte. Mein DOS ist frei. Auf geht's. Hallo, meine Süße. Guck mal. Wann wurdest du das letzte Mal eigentlich... Ah! ...verdroschen, hm? Nachmist. Ja, genau! 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 Und instant der Scheiß, Alter. Weil ich damit ja... Ah! So viel Freude habe. Naja. Ich muss ein bisschen Zeit eh gut machen. Ehe ich das... Ah! Nein! Ach Mist. Scheiße. Okay. Wo sind ihre Fritzen? Ich brauch Leben. Wo sind sie denn? Ah, da! Ich such euch schon! Nein, so einfach geht's nicht. Scheiße. Ah, fuck, Alter. Das klappt nicht! So, wie... Nein! Nein! Ich habe vergessen, dass jetzt ja auch diese scheiß Fliegeviecher kommen! Oh, wie konnte ich die Fliegeviecher vergessen? Die Fliegeviecher? Ja, die Fliegeviecher. Welche Fliegeviecher? Es gibt dann auch fliegende, schießende Gegner. Das sind Roboter. Dass das keine menschlichen Fliegen sind, ist mir auch klar. Menschliche Fliegen, wohlgemerkt. Ja. Ah! Wow! Go, Hana! Ah! Go, Hana! Go, 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 Hana! Zehn Sekunden, zehn Sekunden. Drei, zwei, eins, go! Und ich stehe auch noch direkt neben ihr. Nein, stehe ich nicht. Warum auch immer hat sie sich gerade noch weggeportet, blöde Kuh. Es ist so schön, wenn sie schreit. Was ist das so? Dann lass die mir ja schreien. Ja, die lässt mir ja keine Zeit! Aua! Nein! Scheiße! Weil ich mich gerade frage, wer mehr schreit. Sie oder du? Äh... Ist das eine Funkfrage? So einfach, kriegst du nicht. Da ich die nicht hören und nur dich. Nein. Äh... Ist das eine Funkfrage? Nein. Aaaaaah! Hatte ich dir nicht gesagt, dass ich alles mögliche schaffe, du blöde Kuh? So, jetzt habe ich immerhin wieder ein bisschen Leben. Jetzt kann ich wieder... Nein! Im Kreisrennen, richtig. Jetzt kann ich wieder im Kreisrennen. Das wollte ich sagen. Beschreib doch den Kampf mal. Also als erstes, also du kämpfst dann quasi gegen Erinnerungsgegner. Also das sind keine echten Gegner, sondern die sind aus ihrer Erinnerung geschaffen. Also nicht der von unserer Charakter-Tante, sondern von unserer Gegnerin. Und, äh, die kann Erinnerungen nicht so manipulieren wie ich, aber anders halt, weißt? Sie hat quasi jede Menge, äh, verdrängte Erinnerungen, die langsam am Target liegt wollen und tierisch stinkig sind, dass sie verdrängt wurden, ja? Nein. Ähm. Hoffe ich... Hoffe ich... Bitte, 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 bitte! Gah, mach sie tot! Ja! Nächste Phase, okay. Jetzt weiß ich nicht mehr, was passiert. Hoffentlich hört sie jetzt mit dem... Rennen auf. Trau mal da lang. Wow. Okay. Du kommst mir gerade recht, Junge. Huch! Das glaubst du da nicht? Ich wollte gerade jemanden hauen. Das ist schon der Moment, wo ich denken würde, okay, ich dreh um und geh wieder. Wieso? Du kommst mir gerade... Äh, ich muss weg. Ich weiß gar nicht, was du hast. Ah, scheiße! Ja, genau! Zwei Fliege schieße, Fritzen! Ja, sicher, Leute! Dein Widerstand begeistert mich, Schatz. Ja. Ich geb dir auch genug Widerstand, als dass du genug Begeisterung für die nächsten fünf Jahre hast, mein Fräulein. Ist ja nicht so, als ob ich dich enttäuschen wollen würde. Ah! Uh! Ja, genau. Uh! Passt ganz gut. So, eine Sekunde und... Flop! Warum klappt das nicht? Achso, ah, jetzt kann ich... Jetzt kann ich wahrscheinlich wieder... Kann ich jetzt auf sie schießen? Ja. Äh. Und woran erkenne ich jetzt die Richtige? Das ist die, die ihren Namen tanzt. Ja, ich hab die Richtige gefunden! Ah! Ja, genau! Genau, Alter! So, komm her, Fritze. Ich brauch Ladung. Ah, aber die schieße Viecher sind da. Scheiße, Alter. Die schieße Viecher sind echt scheiße. Ob du's glaubst oder nicht. Du warst dabei, mir den Kampf zu erklären. Also jedenfalls sind da diese, diese, äh, Lichtgestalt-Dinger, die aus Erinnerung manipuliert sind. Und, äh, die kommen halt permanent. Also das ist nicht so, dass du einen kaputt machst und dann hören die auf. Sondern die sind halt die ganze Zeit da. Ja? Und, ähm, kann ich inzwischen, äh, nochmal auf sie... Aua! Schießen? Ja, kann ich. Äh, die ist es nicht. Die wird's auch nicht sein. Die hier vielleicht. Ja, die ist es! Gut. Äh, jedenfalls musst du dann... Warte mal, ich kann auch den hier machen und mit Raserei auf sie einschlagen. Das ist natürlich... Ah! Scheiße. Egal. Naja, okay. Es hat nicht so ganz gut geklappt, aber immerhin, äh, weiß ich, dass es theoretisch funktioniert. Und, ähm, das ist ja schon mal ein Anfang, findest du nicht? So, jedenfalls, ähm, sie ist die ganze Zeit irgendwo in der Wallachai. Also, sie schwebt halt über einem. Okay. Und, ähm... Kann man sie mit dir besonders gut treffen? Du kannst sie abschießen. Nein. Theoretisch. Praktisch triffst du nicht. Okay. Warte. Äh, praktisch, ähm... In der ersten Phase kannst du sie abschießen. In der zweiten Phase musst du DOS nutzen, um sie runterzuholen. Ah! Oh, fuck, Alter. Ich brauche Heilung. Ah! Okay, gut. Das hat funktioniert. Ah! Das nicht. Scheiße. Du hast nichts gelernt, während du weg warst. Ey, Süße, du hast auch nichts gelernt, während ich weg war. Also, hab dich jetzt nicht so. Au! Aua! Ach, wenigstens ein bisschen. Okay. Ich gehorche genau niemandem. Und erst recht nicht dir, Madame. Nein. Und das Blöde ist halt, dass es relativ schwierig ist, sie zu treffen. Ja! Woher soll ich denn wissen, welche davon sie ist? Du bist ja lustig, Alter. Und, äh, so schnellnsten. Ich geh da, so schnellnsten.